So, sehr geehrte Brüder und Schwestern, Entschuldigung, ich habe gerade wieder mal ein Problem hier, sehr verehrte ZuschauerInnen, Zuschauer und ZuschauerInnen, ja, jetzt geht es weiter, heute geht es weiter, weil, da hat es sich irgendwie verhakelt und jetzt geht es aber weiter, weil, ich habe jetzt neu gestartet, ein paar Mal und habe auf den Hund geschossen oder was auch immer das darstellen soll und dann liegt sich der hin, ist aber anscheinend noch nicht tot und jetzt, der Joseph, der lag ja vorhin am Boden und jetzt kommt gerade eine Zwischensequenz, da habe ich auf Pause gedrückt, jetzt bin ich ganz außer Atem, Zwischensequenz, wo ich auf Pause gedrückt habe und der nimmt den Toten, oder ja, nicht tot, aber den Joseph nimmt er jetzt und jetzt gucken wir weiter, jetzt war es obacht, jetzt geht es weiter, genau, da müssen wir raus, oder, durch das Loch, jetzt war es obacht, jetzt müssen wir aber seine Brille nochmal finden, oder wie, oder was, oder, keine Ahnung, der Kröter ist immer noch da, und da hinten ist ein Sack Kartoffeln, oder wie, warte, ich habe meine Brille falsch, ich habe meine Brille vergessen, alter Schwede, oh, da ist so ein draufgekriegt, und ich Kontrollpunkt, ah, das ist gut, ich muss da durch, wo war die Drecksbrille, äh, ich muss jetzt zu der Brille sprinten, wo ist denn die Drecksbrille, da, da ist die, da, Drecksbrille, jetzt weg sprint die, ah, ah, achso, Video, ne, da sollst du nicht her, da will ja ich hin, ah, geht, Mann, 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 geht durch, achso, jetzt geht's aber heute weiter, alter Schwede, es geht nicht nur darum, nicht sehen zu können, jaja, auch um die Optik, hä, 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 die manche Frauen, äh, Entschuldigung, nix, jetzt hat er eine Brille, und aber sicher auch manche Männer, die haben nur eine Brille auf, weil's schick aussieht, die, ähm, brauchen gar keine Brille, aber weil das jetzt gerade in modern, in Mode, in modern ist, Entschuldigung, habe ich jetzt was Böses gesagt, nee, nicht, oder, da sind Kartoffeln, äh, oder Schwammerl, Pilze, Schimmel, Schimmelpilze, Schimmi, Schimm, na, Mann, na, Schimmelpilze, ähm, jetzt haben wir die Munition, ich komm jetzt nicht mehr durch, jetzt hab ich die Munition, ich hab keine Munition mehr, alter Schwede, so ein Mist aber auch, na wurscht, Hauptsache, ich komm aus dem, jetzt muss er nur noch rausgehen, oder, kann man da nix mehr abgreifen, ah, Mist, ich hab die, hätte die Munition noch, äh, ja toll, das brauch ich nicht, die Munition noch mitnehmen sollen, und da ist nix, oder wie, na gut, komm, jetzt gehen wir raus, jetzt mach ich, scheiße, Joseph, so ein auf und feine Brille, da hat er böses Wort gesagt, der Kollege, kann man da jetzt links, rechts, hinten, irgendwo, kann man bestimmt hier noch was einsammeln, jetzt sollte, da, da, komm her, ähm, da nix mehr, oder wie, alter Schwede, ist da nicht noch irgendwo eine Statue, oder so, hm, da oben, ne, ist da nicht, komm, da muss doch noch eine Statue sein, da oben, ne, ähm, das wunderschöner Sonnenuntergang hier, oder was immer das sein soll, der hüpft da rum, wie ein, wie ein, wie ein Elch, jetzt gehen wir da rein, komm her, alter, jetzt ist der Kapitel zu Ende, jetzt komm her, jetzt muss ich hier umblättern, oder, oh Gott, Spielspaar, komm her, äh, wo Spear, ich zeig keine Spearplätze mehr, mein Gott, äh, ja, Drecks, egal, komm mit Spear mal da drüber, ähm, ja, guck, gehen wir noch, wie spät haben wir es denn jetzt, oh Gott, jetzt können wir, jetzt gehen wir noch, äh, nächstes Kapitel, jetzt gehen wir noch in der nächste Kapitel rein, oder, komm her, alter, was soll denn das immer darstellen, weiß keiner, oh, das ist der Wartebereich, Raucherbereich von Stutt, Entschuldigung, Stuttgart 21, die haben doch über zwei, zwei Milliarden, nicht Millionen, zwei Milliarden brauchen sie jetzt mehr, über zwei, 2000, eine Milliarde sind 1000 Millionen, die brauchen jetzt über 2000 Millionen mehr, für den Bau von dem Drecksbahnhof, kann man da was einsammeln, wunderschöne Fenster, was geht, was geht denn da, Dienstkapitel startet in einer Kirche, ne, such die Umgebung nach Munition, geh, schau, schau, blablabla, äh, also müssen wir, uh, wo kann ich denn da, wo, wo, da sind wir reingekommen, jetzt müssen wir alles absuchen, jetzt warte, da, ne, da ist nix, äh, Oh ne, das ist die Nicole Kidman, oder? Ich brauche ja noch Dreckszeug einsammeln hier. Komm her. Alter. Da ist was, komm her. Das kann man auch nehmen. Kartenfragment. Komm, jetzt spielen wir einfach mal weiter, oder? Da kann man nichts machen, oder? Da kann man nichts machen. Jetzt gehen wir zu dem Kollegen hin, oder? Warte, da ist nichts mehr. Ah, da? Ne, das... Da ist auch nichts mehr. Na gut, jetzt gehen wir zu dem Kollegen hin. Weil, spielen wir noch ein paar Meter und dann machen wir Pause, oder? Warte, kurze Pause, Moment. Hm. Sehr schön. Ja, ich weiß nicht, in den sämtlichen Computerspielen, die ich schon gespielt habe, in wie vielen Kirchen ich da schon war, das weiß ich schon gar nicht mehr. So, jetzt kommt ein Video. Sebastian. Sebastian? Hast du schon mal den Drang verspürt, einfach zu springen? Achso, ja. Von ganz weit oben. Ja. Oder wenn die U-Bahn kommt. Wenn die... Ja, Stuttgart 21. Sag ich doch. Stell dir vor, du spürst diesen Drang eine Minute lang. Hehehe. Ja, ne, ich führ den zwei Minuten lang. Freunde. Du hast es jetzt schon dreimal bekämpft, Joseph. Was jetzt? Drei Minuten? Du bekommst das in den Griff. Du hörst nicht zu. Oh. Oh, der mutiert jetzt, oder? Ich hab keine Angst, es zu bekämpfen, Sebastian. Aha. Sebastian. Toller Name. Ich hab Angst, es nicht mehr beenden zu wollen. Mhm, mhm, mhm. Sehr schön. Ein Teil von mir will sich verwandeln. Oh ja, in einen Wehrwolf. Oh. Komm her. Ich weiß nicht. Und ich kann's auch nicht erklären. Dann tu's auch nicht. Es reicht tiefer. So genau wollten wir's gar nicht wissen. Es ist ein Instinkt. Aha. Oh, 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 oh. Der wird stärker. Ja, ja. Jetzt was er so macht. Der wird jetzt, äh... Was jetzt, äh, nach der Zwischensequenz landet ihr... in einem unterirdischen... ...bereich. Das machen wir noch. Mein Gamepad wackelt. Ja, was ist der jetzt auch? Cockpunt, oder wie? Oh, nee, da oben ist die Schattel. Nee. Ach, da ist der Idiot da wieder, der. Ähm. Hoi. Hallo. So. Haha. So wwwwwww. Witzig. Alter. Alter Schwede. Ja, in dem Zweier, in dem Zweiten Teil ist sie auch noch lustiger. Da fliegt ständig alles rum. Ähm. Batsch. Hahaha. Ja, das überlebt doch keiner, oder? Wenn er da runterfällt, oder? Äh, Gravity. Wie heißt der Film? Schwerkraft mit Sandra Bullock, oder? Gravity. Wahnsinn. Hast du, kennste, kennste, haste, haste gesehen? So, jetzt gehen wir noch fünf... Fünf Meter weiter. Jetzt läuten hier die Kirchen lang. Ich nehm... Sieben, der Wächter. Ich nehm grad... Äh... Jetzt... Jetzt, wo ich grad aufnehme, ist grad Heiliger Abend. Kurz vorher, bei mir. Äh, jetzt warte, warte. Kapitel sieben. Wie heißt der? Kapitel sieben? Der... Der Wächter. Sieben. Äh... Sechs Ende. Jetzt warte, muss ich hinschreiben. Gehen wir noch zwei Meter weiter, warte. Sechs Ende. Oh wei, da muss man speichern. Sechs Ende. Plus jetzt läuten hier die Kirchenglocken. Sehr passend. Es ist aber draußen, nicht hier im Spiel. Sieben. Der Wächter. Der Wächter. Wie heißt das auf Francais? Wächter. Guardian. Guardian, oder? Ähm... Jetzt schauen wir mal, dass wir noch zwei Meter weiter gehen. Und einen Speicher-Punkt. Oh. Als wenn ich da nicht hunderttausend Mal... Kontrollpunkt. Kontrollpunkt. ... Dann können wir aufhören. Weil... Da also röchelt... Röchelt einer. Nee, dann schalten wir... Da war Kontrollpunkt. Dann schalten wir da aus und wieder einen, gell? Freunde, Freundinnen. Gell? Machen wir's so. Also, herzlichen Dank und Tschüss. Bis gleich. Bis gleich. Vielen Dank.